Hallo liebe Fischer, hier ist euer Dezember 2024. Ihr seid bei den Astra-Antwort-Impulsen. Mein Name ist Andi Dellmann. Ich grüße euch recht herzlich hier auf meinem kleinen Kanal. Schön, dass ihr da seid. Ja, wie immer. Bedanke ich mich für alle Likes, für alle Abos, für alles, was ihr mir zurückgegeben habt. Und hoffe natürlich, dass ihr mir weiterhin treu bleibt. Lasst mich noch sagen, bitte bleibt immer in der Selbstverantwortung. Karten erlegen, äh, Karten erlegen. Oh mein Gott, weil ich rede auch manchmal einmal. Karten legen ersetzt nicht den Verstand. Das heißt, Karten legen ist eine ganz, ganz wichtige Reflexion für unser Leben und Karten können uns wertvolle Hinweise geben. Aber das Denken ersetzt das Kartenlegen nicht. Und bitte niemals vergessen, warum ziehe ich mir immer diesen Spruch rein, weil ich hasse es selber schon, diesen Spruch immer anzubringen. Aber an den Kommentaren, an manchen Statements höre ich immer wieder raus, dass manche Leute denken oder tatsächlich denken, dass so eine Legung, die vielleicht tausende von Leuten angucken, das kann ich ja mittlerweile schon behaupten, dann tatsächlich auf tausend Leute in vollem Umfang zutreffen kann. Das ist eine kollektive Legung. Und deswegen fühle ich mich eigentlich genötigt, diesen schon fast dämlichen Spruch immer wieder anzubringen. So, lass uns anfangen, lieber Fisch. Wow. Was haben wir hier für ein Potenzial im Dezember? Äh, sieht nach Gefühl aus, es sieht nach Chance aus. Wir haben hier das Ass der Kelche liegen und die Asse sind immer Chancen. Das sind Möglichkeiten, die uns das Leben reicht. Es ist durchaus möglich, dass du eine sehr wichtige, emotional erfüllende Möglichkeit gereicht bekommst. Und ich sage, diese Möglichkeiten werden uns gereicht, aber es liegt an uns, diese Möglichkeiten wahrzunehmen und anzunehmen und sie in eine Planung, also in die zwei oder die drei zu bringen. Welche Chancen könnten hier kommen? Auf eine Chance auf Liebe, auf eine Verbindung, auf den Austausch von Gefühlen, auf Harmonie, aber auch im Hinblick auf Berufung in diesem Leben. Sehr, sehr schön. Lass uns direkt mal auf den, oh, oh, hier ist es aber kühl, inzwischen im menschlichen Bereich schauen und hier haben wir den König der Schwerter liegen. Oh, ich hätte mir ja jetzt eine zweite Kälte hier gewünscht, aber wie ihr wisst, kann ich das Ganze ja nicht beeinflussen. König der Schwerter bedeutet, dass es eine Energie, die sehr im Kopf ist. Das ist jemand, der gerecht ist, jemand, der gut urteilen kann, jemand, der die Dinge abwägen kann, jemand, der auf das Machbare schaut. Also, wenn ihr es hier mit einem Wunschpartner gegenüber zu tun habt, dann könnte das eine Person sein, die euch eher das Gefühl von Kühle oder Emotionslosigkeit vermittelt. Aber ich darf euch eins versichern, der König der Schwerter ist kein kalter Mensch. Auch der König der Schwerter liebt Menschen oder liebt seine Familie. Der König der Schwerter ist halt nicht der große Gefühlsäußerer und ist ein Mensch, der mehr pragmatisch ist als emotional. Im zwischenmenschlichen Bereich könnte es im Dezember auch um deinen Vater gehen oder um einen älteren Bruder, um einen Familienoberhaupt. Es könnte aber auch tatsächlich für die Mädels unter uns um einen Mann gehen, der ihr sich sehr bedeckt hält, der sehr rational wirkt, obwohl ihr eigentlich ein Geld reichen möchtet. Das könnte auch der Fall sein. Lass uns jetzt erstmal die Situation noch weiter klären mit den Orakelkarten. Schauen wir mal, was hier kommen könnte. Oh, hier haben wir schon zwei Energien. Was haben wir hier? Hier haben wir das Thema Soulmate. Soulmate bedeutet eigentlich Seelenpartner. Und es könnte durchaus sein, dass ein Seelenpartner, der für dich bestimmt ist, mit dem du vielleicht zusammenkommen sollst, möglicherweise aber noch nicht bist, weil die Person sehr kühl ist und es passt jetzt gerade nicht so zu deinem Flow, lieber Fisch. Könnte aber trotzdem sein, dass das ein Seelenpartner ist. Vielleicht zweifelst du noch daran, aber es ist durchaus möglich. Jetzt schauen wir erstmal auf die zweite Energie. Ja? Oh, jetzt haben wir aber einen ganz deutlichen Hinweis hier von unserem Orakel bekommen, dass du die Person, die zu dir gehört, bereits getroffen hast. Oder diese Person, die vielleicht in deinem Kopf herumspukt, tatsächlich jemand ist, den du schon kennst. Diese Person scheint aber sehr im Kopf zu sein. Also das ist niemand, der oder die jetzt tatsächlich vor Gefühlen überschäumt oder überschwänglich ist. Wirkt sehr kühl und sehr reserviert, möchte man fast sagen. Aber Gegensätze ziehen sich ja bekanntlich an. Wenn du danach fragst oder dich interessiert, ob diese Person dich mag, ob da was ist. Ja, diese Person sieht diese Chance auf eine Liebe mit dir, auf eine wahre Liebe mit dir. Diese Person sieht sich tatsächlich als Person an, die der Mensch sein könnte im Leben, die man sich wünscht. Um diese Frage direkt mal vorweg zu beantworten. Aber diese Person ist nicht so im Herzen, wie du das bist, lieber Fisch. Diese Person ist im Kopf. Und das ist leider so ein bisschen der Nachteil. Die kann oft ihre Gefühle nicht so zeigen oder nicht so fließen lassen, wie du. Schauen wir jetzt mal auf den 3D-Bereich. Lieber Fisch, du planst. Was planst du, ist die Frage. Es kann auch sein, dass du beruflich mit dem Thema Planung, Organisation zu tun hast. Auf jeden Fall ist die 2 im Moment oder für den Moment im 3D eher eine etwas passive Energie, eine Zeit der Überlegung. Vielleicht planst du einen Umzug, vielleicht planst du einen Hausbau. Es geht aber im Moment noch nicht um das Tun, mehr um das Durchdenken und Planen. Und das ist auch weiter gar nicht schlimm. Wenn du in diesem Monat Dezember planst, lieber Fisch, geht dir auch nichts verloren. Du planst. Das Für und Wider wird noch abgewogen. Die Zweier sind immer passiv. Alle geraden Zahlen oder die Zweier und die Vierer besser gesagt, die sind noch, sag ich mal, so ein bisschen planend. Nicht so sehr voranschreitend. Die Vier ist schon ein bisschen höher als die Zwei. Aber wenn du zum Beispiel einen neuen Job suchst, Jobwechsel, wird das jetzt hier in diesem Dezember definitiv nicht passieren. Du wirst auch im Dezember keine großen Investitionen machen und keine neuen Projekte beginnen. Also mit einem ersten Schritt, einem konkreten Schritt. Aber du kannst viel planen. Und nichts ist besser für eine Unternehmung, für einen Job, für eine Selbstständigkeit als eine ordentliche Planung. Also Woche 1. Uh, jetzt musst du schon glatt wieder räuspern und erstmal ein Schluck trinken. Hier haben wir nämlich die drei der Schwerter liegen. Und da werde ich jetzt mal kurz hinterfragen, was die drei der Schwerter hier zu bedeuten hat. Drei der Schwerter, was will die uns sagen? Irgendetwas nervt oder irgendetwas geht verloren oder irgendetwas fehlt. An irgendeinen Mangel. Schauen wir mal, was sieht aber gut aus. Ah ja, hier geht es nicht darum, dass etwas Schlimmes passiert, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, sondern hier geht es darum, dass du genervt bist von gewissen Verzögerungen. Die drei der Schwerter ist nicht immer nur der tolle Liebeskummer. Die drei der Schwerter kann auch, ist eigentlich ein guter Schritt zur Heilung, sagen wir es mal so. Die drei der Schwerter ist immer die Einsicht, die mentale Einsicht, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und hier geht es darum, was ich jetzt hier sehe, du vermutest irgendwo eine Nebenbuhler, eine Nebenbuhlerin. Diese Nebenbuhlerin oder dieser Nebenbuhler ist aber nicht vorhanden. Verstehst du was? Also das ist nicht real, weil hier ist das Verneinen. Es gibt gar keinen Nebenbuhler. Also du fährst hier gerade in der ersten Woche im Dezember ein bisschen Kopfkino. Frag mich, warum fährst du solches Kopfkino? Was ist der Grund? Es ist eigentlich gar nicht erforderlich nach dem, was hier liegt. Was heißt das? Warten. Einige von euch, hier geht es um, du fragst dich oder einige von euch fragen sich, ist diese Person wert, dass ich auf sie warte? Weil bei einigen Personen, ist es leider Gottes, bei einigen von euch, vielleicht nicht bei allen, könnte es um eine Person gehen, die tatsächlich gebunden ist. Weil der König, der Schwerter, ist in der Regel auch ein gebundener Mann, wenn man das jetzt mal so deuten will. Könnte durchaus sein. Und vielleicht ist es so, dass du die Person schon gekannt hast, jetzt aber erfährst, dass diese Person vielleicht verheiratet oder zusammenlebend ist mit einer anderen Person und das passt dir nicht. Weil du möchtest keine Geliebte sein oder kein Geliebter sein. Und du fragst dich, ist das die Sache wert? Gut. Das ist jetzt eine Sache, liebe Leute, die ich für euch nicht entscheiden kann. Also ihr müsst immer da eurem Herzen folgen, aber das Ast der Kelche sagt mir ja auch was und das Ast der Kelche sagt, hier besteht die reale Chance auf eine wahre Liebe. Das ist ein Soulmate, um den es hier geht, ein Seelenpartner, eine Seelenpartnerin. Ja, also wie ich es auch drehe, ich kann diese Entscheidung für euch nicht treffen. Aber ich habe euch auch gesagt, dass dieser Mensch tatsächlich auch euch als Seelenpartner sieht. Dieser Mensch zeigt sich kühl, ist aber nicht wirklich kühl. So. Ja, das ist natürlich die Situation, solche Situationen sind immer tricky. Schauen wir erstmal, was die nächste Woche, uhu, 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 was die nächste Woche ergibt. Hier haben wir jetzt wieder das Kopfkirchen. Oh mein Gott, echt. Hier haben wir leider die Neun der Schwerter also. Vielleicht sagt diese Person auch etwas, weil das könnte ich auch so rausspüren. Weil so ein König der Schwerter, egal ob das ein Mann ist oder eine Frau, der kann manchmal Dinge sagen, gerade wenn hier so emotionale Dinge auf der Gegenseite vorhanden sind, der kann manchmal Dinge sagen, die verletzend sind. Und die Zweifel entstehen lassen, ob die Sache das wirklich wert ist. Also eins muss man über den König der Schwerter sagen. Es ist nicht ganz so schlimm wie beim Ritter der Schwerter. Der kann also kommunikativ sehr, sehr unter die Gürtellinie treten. Aber auch der König der Schwerter kann das manchmal ganz gut, weil wie jeder Mensch hat der König der Schwerter auch Schattenseiten. Und die können manchmal sein, dass die Zunge sehr scharf ist. Anstatt Gefühle zu zeigen, zeigt dieser Mensch, und ich sage diese Person, dieser Mensch dann eine schneidende Bemerkung, die dann natürlich beim emotionalen, sensiblen Menschen, so wie du es bist, Ärgernisse hervorrufen. Oh, oh, was ist hier los, Fisch? Was für ein Jahresausklang. Und ich hoffe, das wird jetzt besser. Aber trotzdem halte ich diese Botschaft für sehr wichtig, weil einige von euch, einige von euch könnten die Entscheidung treffen mit einer Person, die euch vielleicht, das kann auch die Kommunikation sein, die hier gemeint ist. Und ihr habt ordentlich Kopfkino in der zweiten Woche. Ja, warum ist das so? Weil ihr habt romantische Gefühle. Ja, und dann kommt eine Person und somit ganz extrem, ja, ich will nicht, da passiert auch nichts Schlimmes, aber das ist eben so. Wenn eine Seite Emotionen bereit ist zu zeigen und die andere eben nicht, und dann können Äußerungen gemacht werden, die zu gewissen Verletzungen führen. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ihr müsst entscheiden, welchen Weg ihr jetzt geht. Ja, also wenn du mich fragst, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich würde erst mal Abstand suchen, Abstand nehmen, weil wenn jemand da so gar nicht äußern kann, was jetzt eigentlich wirklich los ist, dann führt das immer wieder zu Missverständnissen. und das finde ich dann eigentlich schade, zumal die Chance auf eine wahre Liebe hier gegeben ist. Ich rede hier von einer Chance. Wichtig ist, nicht alleine bleiben in dieser zweiten Woche, ganz, ganz wichtig. Lass dich da unbedingt unterstützen und hol dir objektive Meinungen zu der Sache. Ja, das hier ist Ängste, das ist Kopfkino. Das ist Kopfkino, weil das ist nicht real, ja, was da in dir vorgeht. Ja, du bastelst dann im Kopf, du bastelst dir etwas zurecht, weil die Liebeszeichen dieser Person noch nicht eindeutig sind. Das führt halt zu Kopfkino. Okay, ja, kann ich einfach nicht vom Tisch reden, liebe Leute. Es ist tricky, die Situation im Dezember. Und wenn ihr mich fragt, ist es besser, einen Schritt zurückzutreten und erst mal abzuwarten, wie sich diese Situation tatsächlich entwickelt. Genau. Und jetzt haben wir in der dritten Woche schon wieder totale Entspannung. Sechs der Stäbe, du fährst einen Sieg ein. Und das kann durchaus sein, dass du diesen Sieg tatsächlich einfährst, weil du Abstand nimmst. Und zwar nimmst du verbal, ja, deinen verbalen Mut zusammen. Ich weiß, die Fische können sehr duldsam sein, müssen sie nicht, aber können sie. Und die nehmen sich dann zurück und fühlen sich in den anderen ein und vergessen sich selber dann. Aber da gehst du raus, Fisch. Und das ist gut so. Du äußerst deine Meinung. Du sagst, was bei dir Sache ist. Und machst deinem Gegenüber klar, dass die Gegenseite auch etwas dazu tun muss, wenn eine wahre Liebe wachsen soll. So. Das sieht schon mal viel besser aus. In der dritten Woche kommst du schon wieder in Hochstimmung, in Siegestimmung. Und du wirst auch, sag ich jetzt mal so, erfahren, wie diese Person dich wirklich sieht. Ja, du bist ja ein toller Mensch für diese Person, toller Mann, tolle Frau. Aber auch andere Personen werden dich bestätigen in dieser Woche, wie toll du bist, wie hübsch du bist oder wie toll du aussiehst. Und was du für eine tolle Ausstrahlung hast. Also du wirst in der Woche so ein bisschen der Sieger und der Star sein. Das ist gut. Nun, bitteschön. In der letzten Woche des Jahres haben wir hier den Herrscher liegen. Und der Herrscher sagt immer, dass du der Chef in deinem Leben bist und der Herrscher macht immer die Regeln. Du siehst ja, dass der Herrscher hier so etwas in der Hand hat, so etwas wie eine Schriftrolle. Und das bedeutet für dich, dass du die zehn Gebote deines Lebens schreibst, lieber Fisch. Du machst die Regeln. Und du wirst sorgsam darauf achten. Und das ist eine wunderbare Entscheidung zum Jahresausklang. Niemand darf deine zehn Gebote verletzen. Und das wirst du allen Leuten unmissverständlich klar machen. Was sind deine Werte? Und deine Werte sind in der Tat oder lassen hier Traditionen vermuten. Du scheinst hier, auch wenn du jetzt im 3D jetzt gerade noch nicht so aus der Planung raus bist, im zwischenmenschlichen Bereich, aber einen ganz entscheidenden Schritt vorwärts zu machen, dass du tatsächlich sagst, Okay, hier sind meine Regeln und wer mich nicht anbetet, so wie ich es verdiene, der hat in meinem Leben nichts zu suchen. Jetzt hat der König der Schwerter sein passendes Gegenstück gefunden. Guck mal, was der König der Schwerter jetzt tut. Der bitte die Königin der Schwerter um Vergebung. Jetzt haben wir hier ein Powercouple liegen. Das hier ist die Quintessenz-Energie. Jetzt muss ich schon direkt wieder räuspern. Ich habe mir das jetzt gerade so bildlich vorgestellt, aber ist egal. Hier liegt der König der Schwerter. Und indem du zur Königin der Schwerter wirst, mit klaren Regeln, klarem Verstand, viel Machbarkeitsgefühl wirst du in dieser Situation siegen. Sehr, sehr schön, lieber Fisch. Das heißt, du gewinnst die Oberhand in dieser Situation. Auch wenn du dich, und ich will es dir nicht verschweigen, wahrscheinlich in den ersten beiden Wochen des Dezemberes ein klein wenig ärgern wirst, mach dir nichts draus und bleib bitte nicht in diesem Kopfkino hängen. Mach dir klar, dass das Kopfkino ist, weil hier zwei ganz unterschiedliche Strömungen am Werk sind. Nämlich einmal das Element Wasser und einmal das Element Luft. Ja, und Luft und Wasser, ja, das Wasser, die Luft kann das Wasser bewegen. Das sind zwei ganz, zwei elementar unterschiedliche Strömungen. Die können aber auch zusammenarbeiten. Es gibt die Chance auf eine wahre Liebe, aber du musst dich behaupten, lieber Fisch. Und das wirst du tun. Lieber Fisch, wenn dir die Legung etwas nützen könnte, gib mir ein Däumchen oder auch ein kleines Abo. Ich wünsche dir jetzt erstmal wundervolle Weihnachten. Ich wünsche dir einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr. Wahrscheinlich werde ich das auch so machen, dass ich auch noch eine traditionelle Silvesterlegung mache. Guck mal, was in diesem Jahr noch so auf mich zukommt. Ich wünsche dir jedenfalls nur das Beste. Bleib schön gesund und bis bald. Ich wünsche dir jedenfalls nur das Beste. Ich wünsche dir jedenfalls auch noch ein paar Minuten. Ich wünsche dir jedenfalls